Hier auf der Freileitung fühle ich mich fast wie ein König des Stromnetzes. Meine Arbeit als Netzelektriker ist wichtig, weil Energie beeinflusst das Wohl der ganzen Gesellschaft. Ich bin Felix und mache die Lehre als Netzelektriker. Mit dem adäquat ausgebauten Stromnetz stellen wir sicher, dass auch zukünftig genug Strom eingespeissen und bezogen werden kann. Auf die Unterstützung der BKW kann ich mich verlassen. Ich lehre, wo nachher. Nach meinem Lehrabschluss werde ich die LCT weiterarbeiten und nebenbei die Berufsmontur machen. Die BKW supportet mich als Arbeitsgeberin und auch finanziell.